und weiter geht's wir haben ja wir machen jetzt mal dass man sie bei nacht und das aufwärts klartet warum auch nicht so gruppe stellen und weiter geht's und wir laden das mal auf so so wir laden das und zack haben wir das leder gekriegt jetzt brauchen wir noch vier so und drauf und noch weiter und weiter und rauf und rauf und rauf so weiter und zack und a so so sieht's aus dann haben wir das auch schon mal die hinter platz hier hast du vergessen dass du deinen Mann auflädst so wir laden das mal neben mal wieder auf mit und so so und wieder dann auskirchen und weg sind sie man muss einfach nur die richtigen skills richtig ausgehen und dann geht's ja ganz einfach wunderbar und weiter und da haben wir noch drei räume so und wunderbar so zack weg ist auch so und auskirchen wunderbar so wenn wir uns bloß noch mal schnell die Sachen hier ok wir haben vorletzte Augen vor dem Boss so 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 na genau so jetzt haben wir uns wenigstens kleiner aufgeladen wir werden da hier so 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 im so 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 Wunderbar Jo, wieder neue Gegenstände, aber die brauchen wir eh nicht. Und wir haben den Quest erfüllt. Schattenkrieger, wieder Bessmarsee, Weihnacht. Da haben wir jetzt alle Epic-Quests wahrscheinlich hier noch, dass man dann halt nochmal den Endboss besiegen und ja, mal sehen. Ja. Ja. Das war's für heute. 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 Oh yeah. Das war's für heute. 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 Und weiter geht's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.